Hallihallo wie ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich bin Gerlinde Forger und ich habe einen kleinen gemütlichen Fashion-Shop hier daheim. Hier daheim Snedler. Ich richte ganz genau. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich habe gesagt, Gerlinde Forger von gerlindesmode.li Das Dressplaner sind im Land, im Rindl kann man so sagen. Ich habe Kleidergrössen von 34 bis 54. Zu ziemlichen Einheitspreisen. Jeder Pullover kostet 39 Franken. Eine Hose kostet 39 Franken. Alle Ginz ist 27 Franken. Ja, also das kann sich glaube ich fast jede Dame leisten. Und diejenigen, die gerne damit ein paar Franken haben möchten, die sollen sich einfach immer unverbindlich melden. Weil für die habe ich eine mega Überraschung und eine sehr spannende Starthilfe. Aber mehr unter vier Augen, da möchte ich meine Kundinnen nicht zu fest aufhalten damit. Ihr seht, wer Interesse hat, mit dieser coolen Mode ein gutes Geld verdienen, bitte melden. Wir haben auch eine sehr coole App, da kann man wirklich ganz, ganz toll einkaufen. Genauso gibt es auch Live Shopping Shows von Dressplaner. Und ja, noch viele verschiedene Möglichkeiten, wie man bei uns einkaufen kann, sei es jetzt als Kundin oder als Teampartner. Ja, mein cooler Shop, da wo ich habe, ist meistens am Donnerstag von 9 bis 19 Uhr offen und am Freitag von 9 bis 13 Uhr. Und natürlich auf Vorermeldung. Ich weiß, vielen geht das nicht so aus, Donnerstag, Freitag. Darum sage ich, gehen wir an den Funk, schreiben wir ein WhatsApp, ein SMS oder gehen auf meine Website gerlindes-mode.li. Dort kann man das Kontaktformular ausfüllen und gehen doch gerade schon einen Termin vor und schlagen dazu. Und dann melde ich mich bei euch. Wir finden einen garantierten Termin, wo es uns beiden ausgeht. Dass du wirklich in allen Ruhen da mal ein kleines Shopping hockst oder auch wenn du wie gesagt wächst durch die Kunden-App, wächst durch die Geschäftsmöglichkeit oder wenn du Party-Gastgeberin sein möchtest, einfach bitte melden. So, fangen wir an und hören über das Ganze zu sprechen. Sehr gerne, einfach eine Nachricht schreiben, entweder da drunter oder eben auf das Handy. Genau, oder über die Webseite. Den Kanal kann man natürlich auch sehr gerne abonnieren. Ich freue mich über jeden neuen Abonnent. Genauso über jedes Like und über jeden Daumen hoch und Kommentar. Also, was meinen Sie zu dieser coolen Kombi? Tja, es ist Anfang Oktober. Ja, je nachdem braucht man dann schon mal die dicken Pullover, wenn ich so zurückdenke, Mitte September. Oho, hättest du da geschneit. Ja, dort haben wir auch gefühlt gehabt. Es ist, ja, es war herzlich. Genau. Also, nichtsdestotrotz, was sagen Sie, das ist, das ist dieser coolen Bodybag. Die habe ich im Fall auch noch in Pink und in Schwarz. Mega mäßiges Teil. Der glänzt so richtig wie im Silber. Haben wir dahinter natürlich noch mal einen Reissverschluss. Und innen dran haben wir ein Fach mit Reissverschluss und ein Fach ohne Reissverschluss. Mega coole Bodybag. Für 38 Franken. Dann geht es weiter mit dem prächtigen Pulli. Den habe ich noch mal in einer anderen Farbe. Aber ja, den zeige ich euch vermutlich im nächsten Video. Das ist ein Glattleder imitats Leggings. Und die Leggings sind 27 Franken. Und der cool Pulli, der ist 39 Franken. Die prächtigen Stiefel, die ich hier habe, die sind so cool. Die habe ich im 41 und im 39 hier. Und kostet jeweils 55 Franken. Jetzt komme ich mit den Lippen und haben hier einander. Und auch das prächtige Halskettchen. Das habe ich auch noch in Gold. Und das ist 25 Franken. So, gehen wir zu unserer grossen Puppe. Sie hat jetzt hier eine grosse Kombination. Ja, so sieht man sie gut. Der Pulli, wo sie da dreht mit dem hübschen Herz da und da, kann man in der Kleidergrösse bis etwa 52 Franken tragen. Und kostet 39 Franken. Ja, die Puppe hat die Kleidergröße 44 Franken. Ja, und dann drückt sie immer so ein bisschen. Und die Hose, wenn ich mich nicht täusche, das ist eine ganz grosse. Jawohl. Die geht bis zum 54 Franken. Der Pulli ist ein bisschen länger. So sieht man auch ganz. Ich denke, ich will jetzt zuerst die Hose noch ein bisschen zeigen. Genau. Ganz cool. Die Hose natürlich super elastisch. Das sind also unsere sogenannte Sammlerhose, die wir immer wieder in allen Farben haben. Mal mehr, mal weniger. Ja, ist auch so. Ja, kostet jeweils 39 Franken. Und dazu heran. Ja, ich finde das so cool. Die prächtigen Stiefeletten habe ich eben 40 hier. Die haben hier natürlich einen Rissverschluss, dass man sehr gut ein- und aussteigen kann. Und der Rissverschluss geht wirklich sehr weit da. Das ist ganz toll. Sehr praktisch. Ein angenehmer, hoher Absatz. Ja, und kostet 55 Franken. Komme ich noch mit dem Halskettel in die Nähe. Das ist eins von denen, die hier den Karabinerverschluss hat. Ah, jetzt ist er glaube ich gerade hier oben. Ja, kann ich es mit anderen Halskettel so gut zeigen. Aber eben, die haben noch einen Karabinerverschluss zum an- und abziehen. Und man kann auch einen Anhänger heranmachen. Ab und zu habe ich Anhänger da. Aber man kann natürlich auch ganz individuell einen Anhänger nehmen, den man halt schon zu Hause hat. So, und muss ich einleinpuppen. Sie hat ja eine Kleidergrösse 36, 38 und dreht da jetzt eine Kombination, wo man es eher bis zum 40 tragen kann. Von morgen ist es ja bis zum 42. Dieser cool Schub hat sogar noch Taschen. Das ist ganz ein lässiges Teil. Mit dem Gürtel. Kostet beides jeweils 39 Franken. Und auch sie hat auch eine von den coolen Ketten. Die habe ich so in einer Farbe. Auch da wieder mit dem prächtigen, sehr praktischen Karabinerverschluss. So, kann man es schön einhängen. Und dann kann man sie schön wieder, ja, eben entweder zum an- und abziehen, kann man es dort öffnen. Bei der Länge kann man sie natürlich sehr gut auch einfach mit dem Kopf stülpen, sage ich jetzt. So, ein bisschen schön mit der Mitte hängen. Oder eben halt einen Anhänger hermachen. Also das Kettchen ist 25 Franken. Und auch so sieht das toll Stiefelchen aus. Die habe ich auch in verschiedenen Farben und verschiedenen Grössen da. Aber mal anfragen, was ich gerade so da habe. Der ist jetzt in 40. Der ist noch nicht gefüttert. Da sieht man es besser. Ja. Aber er ist sehr bequem zu tragen. Da muss ich sagen, ja, natürlich muss ich in die Schläfe testen, wie das so wäre. Wie es geht auch ein bisschen schlichter. Muss denn jemand blink 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 machen. Stimmt, genau. Mit dem coolen schwarzen Rollkragenpulli. Der ist da so schön anliegend. Also wirklich mega. So richtig schön waren. Ja, Kettchen wäre natürlich jetzt auch noch etwas gewesen. Da haben wir noch die wunderschöne Knöpfle dabei. Und der Pulli ist so etwas von flauschig. Also wirklich Hammer. Die Hauser, das ist ein Wildbläder-Imitat. Kann man weites bis zur Größe 40, 42 tragen. Das muss man gleich probieren. Die Hauser ist, ja, sie ist anliegend. Aber ja, probieren, gell? Wie ich immer sage. Genau. Kostet jeweils 39 Franken. Also der Pulli und die Hauser. Und die prächtigen Stiefelchen, die ich hier auch habe. Die habe ich oben tragen. Socken. Ja, ganz ein feste Socken. Ist ganz cool. Es schliesst so richtig schön ab, um das Bein herum. Also, ja, cool. Die habe ich im Moment nun im 40 hier und kostet 55 Franken. Und dann gehen wir zur grossen Puppe. Ich zeige da zuerst der tolle Rücken. Mit dem Mega-Aufdruck. Ich weiss nicht, ob es von New York, aber was das genau für eine Abkürzung ist, weiss ich nicht. Aber ja, wer es von euch weiss, kann man das sehr gerne in die Kommentarlinik reingehen. Passend dazu her, das cool Handy-Testchen. Die sind so cool. Haben wir da einen Reissverschluss. Dann haben wir da der prächtige Schulter, die haben wir hier. Ja, ist auch ein langes Fach. Eigentlich sind es ja drei lange Fächer. Das ist aber eher ein kleines. Also, da würde ich, ich persönlich würde jetzt etwa einen Kugelschreiber oder so etwas hinein. Genau. Und da ist auch noch einmal ein ganz kleines Fächer. Schlüssel, Nasszöchchen. Ja, wie auch immer. Da sind eure Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Das tolle lange Halskette, ja. Wo da der, ja, ich finde den Karabinerverschluss einfach genial. Ja, er geht gut zum Öffnen, geht wieder von selbst zu. Ja, ich finde ihn cool. Genau. Äh, die Kombination, ich will wirklich schnell schauen. Jawohl. Bis 48 zum Tragen. Pulli und auch die Hose. Das ist die mit dem megamässigen Totenkopf drauf. Ich finde den so cool gemacht. Und wenn man jetzt halt einmal nicht die zeigen will, dann lädt man einfach ein bisschen etwas Linkeres an und hat dann einfach ganz eine hübsche Hose. Passend dazu her, ich habe hier einen Halbschuh hier. Ja. Alte Schuh, ihr seht noch Halbschuh. Den habe ich eben 40 und kostet 45 Franken. Er ist mega bequem. Hat wirklich ein schönes, ein weiches Innenleben. Ja, echt cool. Gefällt mir sehr gut. Ja, er ist schlicht und glücklich. Man kann ihn eigentlich zu allem tragen. Ja, 45 Franken und das Heizkettchen ist 25 Franken. Dann gehen wir noch zur kleinen Puppe. Sie glitzern jetzt schon richtig. Mit dem, ja ich finde den Palletta Bulli so toll. Ist einfach einmal, ja, weil das gewisse etwas. Mega weich. Wirklich ganz, ganz eine coole Sache. Ich jetzt habe ich hier gerade. Ah, 70% Viskose, 20% Nylor und 10% Polyester. Also, ja, sind vermutlich Palletta. Weil der Pulli, der ist so schön, flauschig, weich, cool. Das kann man beides so bis zum 40, 42 tragen und kostet jeweils 39 Franken. Und, das ist doch mega, oder? Ich finde den Stiefel so cool. Der hat ja hinten, hat er Wildleder im Mittag und vorne Glattleder im Mittag. Vorne kann man einen super gut putzen. Er hat eine schöne Höhe, also für mich jetzt, so schöne Zwischenhöhe. Es ist ein Absätzchen, aber gleich nicht allzu hoch. Ich finde, es ist eine ganz angenehme Höhe. Und natürlich ein Rissverschluss, dass man sehr gut ein- und aussteigen kann. Und innen ist er auch schon ganz, ganz leicht gefüttert. Fühlt sich sehr gut an. Ist ganz ein feines Futter. Ja, und das tolle Teil, habe ich im 41 Dorf und kostet 59 Franken. Danke. Ja, und weiter geht's. Genau. Ist doch das süß. Ja, ich muss euch einfach noch vorstellen, dass ich noch schöne Brummistromfosen an habe. Ja, so sieht das nämlich ganz cool aus. Ja, wenn wir das schliessige Täschchen gesehen haben, tun wir das noch ein bisschen auf die Seite. So. Cool, oder? Ich finde das so herzlich. Habe ich auch noch in Schwarz kam. Mega mäßig. So ein herzliches Teil. Mit Schulterräumen natürlich. Und ein bisschen Platz hättest du mir. Das war nicht allzu viel. Aber, ja. da hat er doch ein bisschen Platz hättest. Ja, ja. Ja, es hätt doch, ja. Und der da da, so da rein. Seht ihr doch ein bisschen, wie gross das es ist. Ja, ich finde das so herzlich. Ja, das prächtige Teil ist 38 Franken. Wie gesehen, ich habe so eine andere Farbe gehabt. Aber, ab und so geht es halt relativ schnell wieder weg. Ja, hier. Ja, strickjättchen. Oder Heikardien, wie man natürlich heutzutage sieht. Kann man in der Kleidergröße, ja, ich würde sagen, 42, 42, 44 Träger. Der muss ich nicht so halt ein bisschen weiter tun. Ja, kommt immer darauf an, wird man der mal hinter oder ganz genau. jedem das seine. Wirklich ganz ein flauschiges Viertel. Es ist sehr grob gestrickt. Also, ja. Mehr, dass es einfach cool ausliegt. Ein bisschen, obwohl es gibt schon warm. Aber halt lange nicht so warm, wie jetzt eins, wo wirklich dichter gestrickt ist. Aber man sieht es so. Es ist schon, ja, eher ein luftiges Teil. Darunter habe ich das megamässig coole, schlicht und einfache Strickkleidchen. Da geht es natürlich traumhaft warm. Das ist natürlich anders gestrickt. Ja, viel besser wie die Jacke. Das prächtige Kleid kann man sicher bis zum 42 Träger und kostet 45 Franken. Das Jeckli ist im Fall auch 45, weil ich es auch nicht gesagt habe. Keine Ahnung. Denn da. Ich finde das Kettchen so süß. Ja, ist einfach mal etwas anderes. Genau. Das ist 25 Franken. Und die prächtige Sockenstiebelette, die ich da gerade auch habe, mit den coolen Glasabsets. Die habe ich im 40 und das ist Wollwies. Ja. Darum habe ich das Basketsuppel. Das ist schon gut zusammen. Alles ein kleines Wollwies. Dann das schöne braune Kleidchen. Einfach, ja, mehrmals. Ich hoffe bei euch auch. Gut, sehr gut. Die prächtige Stiefelette, die ich da auch habe. Im Herzge für 55 Franken. Ja, danke. Dann gehen wir zu unserer grossen Puppe. Sie hat ja Kleidergröße 6, nein, 44, 48, nein, 44, 46. Jetzt ist es gegangen. Mensch, es geht jetzt auch nicht, wenn ich einen schönen Dorn habe. Jetzt zeigen wir sie gleich zuerst von hinten. Also, was ich dann zuerst mal gesehen habe. Das ist genauso, wie man früher eine Giftflasche nachgeschrieben hatte. Ja. Und das, ja, von der Zeichnung her, kommt es mir wirklich wie nach einer Giftflasche vor. Aber so hat man halt so seine Gedanken. Mit Hoodie zum Offen tragen, hat kein Jackensäck und kann man etwa bis zum 50 tragen. Also wirklich ganz toll. Das ist echt cool gemacht. Ja, die Jacken hätte jetzt auch noch gut dazu gepasst. Ja, ist jetzt etwas ähnlich. Ja, hell beige, wohl weiss. Ja. So, kann man da gerade auch noch cool dazu kombinieren. Ja, jetzt lässt sich einen Haufen kombinieren, gell. Sie hat da ganzes hübsches Kleidchen her. Das zeige ich euch jetzt erst mal von hinten. Jawohl. Und hinten ist es ein Plisschenkleidchen. Ganz, ganz süß. Ich finde es mega. Man kann Termini, ja, ganz lang machen oder halt drei Viertel. Das Kleidchen kann man bis etwa Kleidergröße 50 kriegen. Und dann haben wir das, ja, das schöne Kreuz dazu, den ich auch noch in grün habe. Das Kreuzchen ist 25 Franken und das Kleidchen ist 45. Und was passt schon besser? Wie die knalligen Schwesterstiefel. Ich kann langsam in Ordnung mit den Wörtern. Ja, die sind ja leicht gefüttert. Ja, ich glaube, so müsste man es dann sehen. Ja, blärendet alle ein bisschen komisch rein. Aber sie sind ganz leicht gefüttert. Ich glaube, die einen der Stiefel sind vorher auch gefüttert gewesen. Mega cool, da so noch, ja, weiter ausgeschafft. Ist natürlich Wildlederimitat. Also das ist ein Stoff, der da drauf ist. Genau. Im 39 für 59 Franken. Ganz cooles Teil. Kann man natürlich auch noch einen lässigen Pulli drüber dazwischen oder eine Loch Pulli. Ja. Die sind am besten mit so einem Pässchen. Und was ich wieder einmal vergessen habe. Natürlich die pinken Täschen. Ja, die ist doch auch so cool. Die habe ich auch noch im Braun. Und da ist halt der Schulternehmer natürlich dabei. Und innen dran haben wir ein Fach mit Riesverschluss und eins ohne. Genau. Und das für 38 Franken. Dann gehen wir zu einer kleinen Puppe. Und sie ist schon, ja, gehörig im Herbst angekommen würde ich sagen. Und einen ganzen hübschen Strickmantel, den sie da anhat. Wirklich ganz schönes. Ja, finde ich eine coole Kombination. Was ich da anhat. Passt wirklich farblich sehr gut zur Hose dazu. Echt cool. Ja. Der tollen Strickmantel, den sie da anhat. Der könnte man also wirklich bis zum 46 tragen. Aber natürlich auch im Kleinformat. Also Kleinformat, ja. Ganz genau. So. Und drunter dreht sich der schön Pulli. So ein richtiger Long Pulli hört sich da an. Und da sieht man auch, die Jacke geht richtig schön warm. Das ist auch viel fester Gleissmantel. Wie die Jacke, die ich vorher anhatte. Das ist so der Ärmel. Und ganz hübsch. Und zu dem tollen Strick Pulli. Da haben wir noch Taschen auf B-Seite. Die Kombination kann man also gut auch bis zum 42 tragen. Und kostet jeweils 39 Franken. Die Halskette ist 25 Franken. Und die Hose ist eine Wildländer-Imitatshose. Ganz so feine Sache. Ja, ich liebe die Hose. Ich kann nichts dafür. Vor allem sind sie gerne so richtig schön warm. Aber es ist nicht, nicht das Plastik. Weißt du, wenn du so schon so früher so, ja, dort gelegen Sacken hast, bist du fast bestückt darunter. Und bei denen ist es, also mir geht es immer sehr gut mit den Hosen. Ja, und dann haben wir noch die tolle Stiefelette. Die habe ich im 40. Und auch die sind 55 Franken. Ja, weiter geht es mit dieser coolen Kombination. Ja, ich finde es echt cool. Das ist ein ganz süßes Teil. Man kann es glaube ich schon fast als Kleidchen tragen. Ich habe es jetzt hier mehr als Long Shorts genommen. Ich habe hier drunter auch Glatt-Leader-Imitats-Leggings an. Halbe Zungenbrecher. Ganz genau. Ja, Glatt-Leader-Imitatshose. Kleidergrösse knapp bis zum 40. Das ist ein richtig schönes Hells-Creme. Ja, ganz eine schöne Farbe. Die Stiefel habe ich, glaube ich, heute schon mal zeigen können. Die sind eben 41 und kosten 59 Franken. Das sind die, die letztlich gefördert sind. Dann habe ich hier oben ein Long Shirt. Ja, ich sage, man kann es natürlich auch hier als Kleidchen tragen, weil es am sympathischen ist. Das tolle Teil ist 30 Franken hat noch ein Hoodie. Also, ja, man kann, es ist vielseitig gesetzbar. Dann eine cool ausgenäubte Sacktasche, ja, wie auch immer. Finde ich echt, ja, ist ein richtig geiler Ketscher. Also, mhm. Und dann habe ich dann hier, komm, ich tue jetzt gerade noch die schöne Kette dazu. Das ist noch ein kleines, ja, ein bisschen etwas gelbliches, ein bisschen zimmerspielt. Genau. Ja, es ist wirklich, das sieht aus wie ein Bodybag. Wenn ich es jetzt so anschaue. Ja. Ich finde es cool. Ein Bodybag, das angeneit ist. Ganz genau. Ja, coole Kombination. Gefällt mir. Also, machen wir wieder. Gehen wir zur grossen Puppe. Sie hat die Größe 44-46. Und da haben wir noch ein süßes Bodybag dazu. Habe ich ja heute schon mal in Silber gezeigt. Ja, ist auch so ein ganz tolles Teil. Hätte natürlich den breiten Schulterräumen dabei. Und hätte immer noch zwei Taschen. Eins mit Riesbeschluss und auf der Seite ist eins ohne Riesbeschluss. Und natürlich hinten auch noch einer. Ja. Ja, ist richtig eine coole Tasche. Und vor allem, sie bleibt ja schön breit. Also, sie hat einiges drin geplatzt. Das muss ich schon sehen. Der tolle Poncho, den sie da anhält. Also, der ist dann da so richtig lässig doppelt. Ich komme da, glaube ich, nicht mehr welche. Den sieht man das auch ein bisschen besser. Also, normalerweise sieht das Teil so aus. Auf der Größe her, ja, mehr wie 44 Tätis jetzt nicht mehr. Und das ist einfach alles Kunstfälle. Uns muss da kein Tierchen leiden. Ja, dann da drunter ist es da gestrickt. Also, was haben wir da für Muster? Röte Zopfmuster drin. Ja, ganz ein lässiges Teil. Und dann machen wir das. Also, der Unterkunden. Schöner, schöner, warmer Pulli-Führer. Der ist echt cool. Den habe ich nochmal in einer Farbenkombination. Aber den zeige ich euch vermutlich. Das sind ja geschmol. Ja, Halskettchen haben wir ja schon etwa diese Sachen. Das ist jetzt einfach so ein bisschen Silberantrazit. Pullover kann man bis etwa zum 44 tragen. Wie auch die Leggings. Das ist jetzt eine geförterte Leggings. Das ist jetzt wirklich eine dicke. Ganz ein tolles Teil. So ähnliche Modelle habe ich letztes Jahr schon gehabt. Die haben dann auch noch schöne Hosensäcke. Nein, Winter hat es keine. Die sind super, fein, warm. Ja, also, die sind so toll geförtert. Also, ich liebe es. Ich habe es auch in einem halben Winter. Also, geförterte Leggings. Und dann ebenso habe ich die Wildleiterin mit den Hosen. Perfekt. Also, mehr brauchst du fast nur. Und dazu haben wir auch die coolen Schuhe. Da ist die Filette. Die sind so mega. Echt cool. Die haben jetzt im 41. Ja, ich würde sagen, eher 40. Und im 39 habe ich sie auch nochmal. Also, in diesem Fall auch eher 38. Ich kann es probieren. Ihr wisst es. Die schnellere ist die Geschwinder. Und ja. Ab und zu lange zahlen nicht, wenn es innerhalb von 24 Stunden sind. Gewisse Sachen schon fort. Gewisse Sachen gehen halt höchst nach zwei Tagen. Ihr müsst einfach regelmässig schauen und sobald ihr etwas sehen wollt, gleich schreiben. Weil es ist am einfachsten. Nicht, dass es große Enttäuschungen gibt. Wie ihr seht, die coolen Schuhe. Die Filette. Die sind auch innen drauf geförtert. Seht man da so. Ja, ein bisschen. Seht man so richtig. Das Teddybärchen. Fein. Im 39 und 41 für 55 Franken. Und dann gehen wir noch zur kleinen Puppe. Ja, sie ist noch im Übergang. Sehen wir es einmal so. So. Das Kleidchen finde ich so schnussig. Ja, den Druck sieht man jetzt auf die Distanz fast nicht. Ich nehme hier noch die Tasche. Ja, auf dieser Seite hat es auch. Das Kleidchen kann man bis zum 42 tragen. Und kostet 45 Franken. Das Heizkleidchen wie auch das Armband. Das Heizkleidchen wie auch das Armband ist je 25 Franken. Und passend dazu her die Stiefel in anderen Zeit. Die habe ich im 40 und kostet 55 Franken. Ja, es geht herbstlich weiter. Kunststück. Anfang Oktober. Jawohl. Kann ich mir kurz vorstellen. Obwohl ich das Video zweieinhalb Wochen im Borus gemacht habe. Ja, es geht herbstlich weiter. Kunststück. Anfang Oktober. Jawohl. Kann ich mir kurz vorstellen, obwohl ich das Video zweieinhalb Wochen im habe. Ja, ich bin wieder einmal bestellen. Und ja. Für uns muss man halt die Zeit ein bisschen vorschaffen. Dass man halt auch mal ein bisschen fortgehen kann. Ganz genau. Nein, es ist wie es ist. Ja. Cool, oder? Ich habe gesagt, das Kleidchen ist so fein. So cool. Echt, das ist so ein feines Kleidchen. Einfach cool. Jawohl, ja. So, jetzt kommen wir zuerst mit den hübschen, flauschigen Jäckchen an. Ich sehe es euch. Das ist so fein, flauschig. Da sieht man es so richtig. Ja, 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 ja. Oh, fein. Wirklich ganz, ganz ein tolles Jäckchen. Ja. Kleidergröße. Ja, man kann es, man kann es auch sehr gut tragen. Aber auch mit, ich habe ja so 38,40. Und man kann es auch so sehr gut tragen. Cool, gell? So, la. Jetzt zu uns aber definitiv ab. Genau. Das wunderschöne, wirklich. Kostet 45 Franken. Und ja, das ist jetzt diese Kleidergröße sicher 42. Vielleicht kann man es so gerne noch etwas grösser tragen. Kommt ganz darauf an, wenn man es in der Schulter hält. Ja. Und dann haben wir auch das Sessekleid. Ja. Ich träge halt, ich persönlich habe immer das Gefühl, ein Gürtel sieht bei mir komisch aus. Von mir habe ich einfach gekocht. Darum habe ich selten bei mir einen Gürtel an. Aber wenn andere Frauen so die schönen breiten Gürtel tragen, dann finde ich das so cool. Ja. Ja, nun, so sind Geschmäcker halt verschieden, gell? Also, das tolle Kleid kann man sicher bis zum 42 tragen und kostet auch für über 40 Franken. Und dann habe ich da wieder einmal so ein hübsches Mickey Micky Maus Anhängerchen. Also, das ganze Kettchen Micky Maus in goldfarbig für 25 Franken. Ja, das ist halt immer unterschiedlich. Hab und so ist es verkauft und dann komme ich gleich nachher mal. Und ja, das ist halt immer so eine Sache. Und dann noch die prächtigen Stiefelchen, die ich hier träge. Die habe ich euch, glaube ich, heute schon mal gezahlt. Die habe ich im Jahrzehntelchen. Und die kosten 55 Franken. Dann gehen wir ein nächstes Mal zu unserer grösseren Puppe. Ja, was jetzt da steht, das könnt ihr euch selber überlegen. Die einen sagen Mäschchen, die anderen sagen irgendetwas von Weihnachten oder das UFO oder, oder, oder. Ich komme jetzt auch mal in die Nähe, dass ihr das auch wirklich aus der Nähe gesehen. Ihr wissen es ja auch immer danach noch nach Poten dran hängt, dass ihr das auch im Video noch besser sehen. Ja, da haben wir noch die Taschen. Das ist ganz ein lässiges Teil. Ich kann dann mal schauen, ob ich da gerade. Sie haben ja irgendwie fehlt. Genau. 50% Viskose, 28% Polyester und 22% Polyamide. Ja, ist traumhaft weich. Echt cool. Also wenn es jetzt so gross wäre, ist ja, dann hätte ich mir das, glaube ich, schon für mich in Beschlag gelassen. Ja, der Schal gehört natürlich dazu. Und sonst haben wir hier einfach einen Rund-Ausschnitt. Jetzt tun wir den so dazu. Kann man beides in der Kleidergrösse 44 bis 48 tragen und kostet jeweils 39 Franken. Die Leggings, die sie hier anhat, das ist auch wieder eine gefütterte. Und auch die hat hier die ganz schöne Säcke. Hier schauen, dass man das auch sieht. Da haben wir die Hosen-Säcke. Sie sehen, die Taschen hat sie keine, aber es ist immer viel wert. Also ich liebe es, wenn man einfach, ja, Hosen-Säcke hat. Wie gesagt, kann man in der Größe bis etwa 48 tragen. Kostet jeweils 39 Franken. Und dann habe ich den gekommen, zeige ich euch die gerade auch wieder einmal dazu heran. Die tolle Stiefelette, die sind einfach zum reinschleifen. Die habe ich im 40 da und auch die sind 55 Franken. Da kann man es noch ein bisschen verstellen. Ja. Ich habe da noch einen Keil eingelegt. Ja, je nachdem, wie man es dann halt da oben am liebsten dreht. Und jetzt gehen wir noch ein letztes Mal zur kleinen Puppe. Ja, sie hat ab und zu gewicht. Sie hat wieder eine ganz große, hübsche Strickjacke, Mantel an. Der kann man jetzt sicher bis zum 50 tragen. Aber wie man sieht, geht das auch ganz gut in clean. Ja. Dann hält sie drunter. Ich finde das Schirrte so herzig. Ich mache das jetzt auf dieser Seite. So. Ja, Biera rutscht das halbwegs noch ganz gerne. Das wissen wir. Sie hat relativ eine glatte Oberfläche und darum rutscht bei ihr einfach ein kleines Mehl. Ja. Und der tolle Strickmantel. Kann man ja auch, wie gesagt, etwa bis zum 50 tragen. Und kostet 45 Franken. Wunderschönes Kettchen. Mal eine andere Farbe. Und auch da der Animal Print. Echt cool. Ja, was da unten steht, das dürfen ihr selber draussen finden. Und dann hat sie da eine Leggings an. Sie ist aber dabei sehr eng geschnitten. Weil ihr seht, sie ist auch jetzt bei ihr. Sehr gut. Also es ist wirklich für schlanker Beine. Ähm, hier sind sie etwa so 6,38. Und das Schirr kann man sie bis zum 42 tragen. Und hier haben wir noch die schwarzen Snickers. Die habe ich im 36 hier. Und kostet 39 Franken. Ja, das wäre es gewesen diesmal. Ich hoffe, es hätte wieder ein Haufen dabei gehabt, was euch gefallen hat. Ihr könnt gerne eure Reservationen wieder, wie üblich, per WhatsApp, per Vatili, per Aroaf oder wie auch immer, was euch noch so schnell alles in Sinn kommt. Also ja, WhatsApp meistens. Kann ich mir die Reservationen gerne durchgehen. Da habe ich euch sehr gerne auf die Seite. Ihr wisst, nächstes Samstag ist ja der ersten Jahrmarkt geplant. Wo ich ja, wenn Gott will, auch dabei will. Ja. Und ähm, was gibt es noch zu sagen? Ja, genau. Ich täte euch natürlich auch die Reservationen mit an den Jahrmarkt nehmen. Das selbe ist natürlich, ja, Lied auf der Hand. Ihr könnt sehr gerne am Donnerstag vom 9 bis am Abend um 7 zu mir in den Laden kommen. Genau. Genau gleich am Freitag. Vom 9 bis am Abend. Und nachher fange ich auch zum Einpacken. Genau. Darum habe ich am Freitagnachmittag nur auf Voranmeldung offen. Weil ich halt doch öfters am Markt bin. Ja, und das muss halt alles vorbereitet sein. Das braucht halt einfach seine Zeit. Aber wie gesagt, auf Voranmeldung bin ich ja eh da. Und dann finden wir garantiert einen passenden Termin. Also, meine Telefonnummer 078 759 58 46. Und meine Website garlindes-mode.li. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich bin das Nendler. Wir melden euch bei mir. Und wenn ihr auch einmal möchten in das tolle Business hinein schnuppern, melden euch. Ihr könnt auch ganz gerne über unsere App einkaufen. Ist vor allem spannend, wächst die Schuhe. Weil dann habt ihr wirklich das Schuhmodell in dieser Farbe und in dieser Größe, wie es euch passt. Weil einkaufen ist einfach quer bei dir. Je nachdem, ja, was ich gerade, was mir fällt, ja, oder was ich gerade noch rüberkomme. Ist immer so ein bisschen Spiele. Nimm ich die so, nehme ich sie so. Darum ist es immer von Vorteil, wenn ihr die Schuhe selber bestellen könnt, ihr könnt dann zu mir her und dann entscheidet ihr, will ich es oder will ich es nicht. Ganz einfach. Ihr habt einen riesigen Aufwand, den Papaladen kurz zu registrieren, dass wir Kontaktdaten haben. Ja, und dann her und probieren können. Ich schicke es natürlich auch gegen Vorkassen. Also, machen Sie gut und ich hoffe, wir sehen uns bald. Tschüss. 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 Tschüss.